Hallo Ehrlichen und willkommen zurück zu meinen Showcase-Videos mit Idol und Showcase und Geschichte. Ja, wir haben hier den lieben Fafnia, der halt ähnlich wie Yinglong reitbar ist mit seiner Kombi. Hier haben wir ihn auch in den Gesprächen. So verhält er sich halt. So verbindet er sich, halt ähnlich wie Yinglong. Und wie gesagt, hier haben wir ihn hier drin. Es gibt noch keine Dreierform. Aber seine Geschichte gibt es. Der massige Fafnia sieht aus, als sei er geradewegs Dorma Ghul entstiegen. Unter seiner schuppigen Haut schlägt ein gieriges Herz. Sein Plan ist, alle Schätze der Welt zu besitzen. Fafnirs ungeheure Stacheln lassen gewöhnliche Angriffe komplett abprallen und sein tödlicher Drachenatem vernichtet alle Feinde. Fafnia ist vielleicht nicht gerade der Kumpeltyp, aber ein mächtiger und verlässlicher Verbündeter. Da ich Fafnia noch nicht so lange besitze, habe ich auch bei ihm noch den Wunsch. Deswegen habt ihr ja auch bei mir den Wunsch sehen können. Also die Wünsche. Aber das war's mit dem Video zu Fafi. Ciao, ciao ihr Lieben! Ciao, ciao! 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 Ciao!